Liebe Eltern, Zuseher, Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu dem Masked Grammar. Vielleicht kennen Sie ja eine Show mit ähnlichen Namen, wo es darum geht, Menschen an ihrer Stimme zu erkennen. Ja, wo wir gerade dabei sind, haben Sie mich schon erkannt? Nun, jetzt wissen Sie es. Genau um das geht es jetzt. Die Schlagwerk-Klasse hat ein abwechslungsreiches Programm für Sie einstudiert und möchte es Ihnen in den folgenden Minuten vorführen. Maskiert. Sie müssen also versuchen, die Akteure an ihren Musikkünsten zu erkennen. Die Auflösung gibt es dann am Ende dieses Videos. Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören und Raten. Die Schlagwerk-Klasse hat ein abwechslungsreiches Programmiert. 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020